Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit & Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich freue mich riesig, dass Du mir Deine Zeit schenkst, hier für diesen Lebenskraft-Podcast, hier geht es um Dich, um ganz viele tolle Werkzeuge, Bausteine, Tipps aus über 20 Jahren Erfahrung, die Dein Leben, Deine Gesundheit, Deine Vitalität noch viel, viel besser machen. Und heute möchte ich mit Dir über das Thema Glück sprechen. Und Aristoteles war ja ein schlaues Köpfchen, der hat vor vielen, vielen Jahren gelebt und vor 2300 Jahren hat er schon beschrieben, dass es das höchste Glück des Menschen ist, glücklich zu sein. Und die erste Frage, die ich Dir gerne stellen möchte, was bedeutet denn für Dich, glücklich zu sein? Ist es, dass Du viel Geld verdienst? Dass Du ein großes Haus besitzt? Dass Du die perfekte Figur hast? Oder unendlich viel Geldenergie in Deinem Leben erwirtschaftet hast durch irgendeinen Beruf, der ein ganz besonderes Ansehen hat? Wenn das so wäre, dann müssten alle Menschen, die zum Beispiel viel Geld haben, extrem erfolgreich geworden sind, alle extrem glücklich sein, oder? Und sind die das denn auch? Frag Dich das mal selbst, bevor ich Dir so ein paar Impulse gebe. Dann ist es ja auch wichtig, dass Du das mal für Dich reflektierst. Sind denn wirklich alle Menschen glücklich, die all das erreicht haben, was wir uns doch vermeintlich so sehr wünschen? Und wie definierst Du denn eigentlich Glück? Was ist für Dich wirkliches Glück? Und wenn Du da in Dein Herz hineinfühlst, wie fühlt sich das an, glücklich zu sein? Vielleicht kommt da auch ein Bild aus Deiner Kindheit, wo Du unbeschwert gespielt hast, wo Du vielleicht mit Schmetterlingen gespielt hast, eine gigantische Sandburg gebaut hast oder vielleicht einfach nur mit Dir, und in dem Fall war es bei mir die Barbie-Puppe, vielleicht was bei Dir, aber was anderes gespielt hast. Da komme ich später am Ende von diesem Podcast nochmal drauf zurück. Und dieses Glück, was wir uns doch alle so sehr wünschen, dieses Glück liegt irgendwo, aber es versteckt sich genau dort, wo es die wenigsten Menschen vermuten. Und eins kann ich Dir schon sagen, es liegt nicht im Außen. Aber bevor ich noch intensiver auf dieses Thema eingehen möchte, möchte ich Dir nochmal das Gesetz der Polarität ein kleines bisschen näher bringen. Es gibt ja Menschen, Erfolgscoaches, die erzählen Dir den ganzen Tag, was Du alles tun musst, damit Du extrem erfolgreich wirst. Damit Du zu 100% die Geldenergie in Dein Leben ziehst, um glücklich zu sein. Aber das Glück hat auch einen Freund oder eine Freundin, die kommen nämlich immer im Doppelpack. Und das ist das Unglück. Das eine gibt es nämlich nie ohne das andere. Und ich weiß, dass Unglück extrem negativ besetzt ist, aber es geht hier um das Gesetz der Polarität, denn ich möchte Dich nochmal ein bisschen zum Nachdenken anregen. Und das Verrückte ist, dass beides, also das heißt Ebbe und Flut, Tag und Nacht, gleichzeitig stattfinden. Ich wiederhole das nochmal, beides findet gleichzeitig statt. Wir haben alle nur das Gefühl, dass es hintereinander stattfindet, weil wir hier räumlich, also in dem Fall dort, wo Du wohnst, nur das eine erleben. Aber stell Dir mal vor, Du würdest in ein Raumschiff Dich setzen und würdest ins Weltall fliegen und würdest auf die Erde schauen. Dann würdest Du sehen, dass Ebbe und Flut zur gleichen Zeit stattfindet und dass Tag und Nacht zur gleichen Zeit stattfindet, aber auf unterschiedlichen Kontinenten. Das heißt aber auch, dass beide Pole immer da sind. Und wenn Du Dich mit Menschen unterhältst, die an der Börse sich gut auskennen, dann werden die auch sagen, es ist Volantil, es geht hoch und es geht runter. Und das Verrückte ist ja auch, dass Du das jeden Tag, in jeder Millisekunde tust, dieses Polaritätsgesetz anzuwenden in dem Moment, wo Du einatmest. Probier mal nur einzuatmen. Das geht nicht. Du musst irgendwann eben auch mal ausatmen und das ist der Gegenpol. Das heißt, Glück, und zwar dauerhaft, kann gar nicht dauerhaft stattfinden. Und dieses Polaritätsprinzip auf unserem Planeten Erde ist ein Prinzip, das ist ein Naturgesetz, das wird immer da sein. Und das muss Dich jetzt um Gottes Willen nicht frustrieren, im Gegenteil, sondern wenn Du nur auf der hundertprozentigen Sonnenseite des Lebens wärst, dann wäre das stinklangweilig. Weißt Du, der Grund, warum so wahnsinnig reiche Menschen da draußen Drogen nehmen, warum Kinder von reichen Menschen irgendwann in Drogen abdriften, ist, die haben nichts mehr, was sie überhaupt noch reizt, was sie erreichen können, wo sie sich erfahren können. Und das ganz, ganz häufig suchen dann diese Menschen in Drogen. Da gibt es im Übrigen auch Statistiken darüber. Wenn Dir irgendein Coach sagt, Du musst Dich nur anstrengen und Du musst einfach nur die Ziele setzen und wenn Du die erreicht hast, dann bist Du glücklich, dann ist das in etwa so, wie wenn Dir jemand sagt, Du musst nur einatmen. Wenn Du lang genug einatmest, dann ist die Welt in Ordnung, dann bist Du total gesund. Hä? Das gehört zum Leben dazu, ein- und auszuatmen. Glücklich zu sein ist Dein Geburtsrecht, aber Du kannst glücklich nur erleben, wenn es eben auch das Unglückliche gibt. Und wie ist das denn eigentlich mit den Zielen? Ich bin ja auch jemand, der setzt sich Ziele. Warum? Weil es ganz einfach schön ist, Ziele zu erreichen und weil sie mich motivieren, dran zu bleiben. Aber ist man automatisch glücklich, wenn man ein Ziel erreicht hat? Meinst Du, Du bist bei Dir angekommen, wenn Du jedes Ziel erreicht hast? Und das, was Frauen so gerne hätten, und bei Frauen ist das viel intensiver als bei Männern, die sagen dann, so, wenn ich das Gewicht erreicht habe, dann bin ich glücklich. Und weißt Du, wie oft ich das schon erlebt habe, dass diese Frauen dann das Gewicht erreicht haben und hatten immer noch irgendwas an sich auszusetzen? Weil nur durch das Erreichen von einem Ziel wirst Du nicht glücklich. Die perfekte Figur, unendlich viel Geldenergie, ein riesiges Haus, die Kinder auf der besten Schule, die fünf Sprachen sprechen, acht Musikinstrumente, ich übertreibe jetzt ein bisschen, machen nicht glücklich. Wenn das so wäre, dann würden alle Menschen, die das erreicht haben, nämlich ihre Ziele glücklich sein. Und das ist es nicht. Das Verrückte ist, dass in dem Moment, wo Du ein Ziel erreicht hast, eine Leere entsteht. Und dieses Vakuum probieren Menschen ganz schnell zu füllen, in dem Moment, wo sie sich das nächste Ziel setzen, die nächste Chance, dann noch ein bisschen höher zu kommen auf der Karriereleiter. Weil sie halten nicht aus, dass dieses Vakuum, diese Leere entsteht. Und das kurzfristige Erreichen von diesem Ziel sorgt dafür, dass kurzfristig der Druck weg ist. Oder wenn Du lange gebraucht hast, das Ziel zu erreichen, dann sorgt es dafür, dass kurzfristig der Druck weg ist und dann kommt wieder das nächste Ziel. Und so rennen ganz viele Menschen einem Ding nach dem anderen hinterher, in der Hoffnung, dass sie irgendwann ankommen können. Und weißt Du, nachdem ich erkannt habe, dass ich nirgendwo ankommen kann, weil mein verdammtes Ego sich dann wieder neues Ziel setzt und ich dann glaube, wieder beim nächsten ankommen zu müssen, weil es nie ausreicht, habe ich mich irgendwann auf den Weg gemacht, für mich zu erkunden, was es wirklich bedeutet, glücklich zu sein. Aber bevor ich Dir meine Impulse dazu gebe, möchte ich Dir noch etwas anderes sagen, denn es gibt einen Antrieb, den ganz viele Menschen haben. Und dieser Antrieb ist, dazu zu gehören und vor sich selbst zu bestehen. Dieses Ding, ich bin was wert, ich kann von mir selbst bestehen, ich bin gut genug und ich gehöre dazu, ist ein gigantischer Antrieb. Um dann vielleicht irgendwann zu sagen, wow, ich habe die tolle Karriere aufgebaut, ich habe das Konto voll, ich bin der Beste, ich bin die Beste, ich habe die perfekte Figur etc. pp. Aber dabei vergessen Sie, dass das Herz, also in dem Fall der direkte Weg zum Glück, nie befragt worden ist, ob auf dem Weg dorthin das Herz wirklich glücklich war. Und jetzt kommt schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Grund, warum ich seit 20 Jahren meditiere und heute anders meditiere, als ich vor vielen Jahren meditiert habe, ist, Du gehst ja in die Monotonie. Du gehst ja in den, ich sag jetzt mal Gleichklang. Monotonie erlebst Du zum Beispiel auch, wenn Du Dir einen Sonnenuntergang anschaust. Wenn Du ganz still für Dich am Strand entlangläufst. Und viele Menschen, die reden da auch nicht. Und Meditation kommt von mir die Mitte. Das heißt, Du fühlst nach innen, Du öffnest Deine Herzenergie und Du brauchst nichts im Außen, Du musst nichts erreichen. Und wenn Du dann über emotionale Musik und einer schönen geführten Meditation Deine Herzenergie öffnest, dann passiert dieses Wunder und es nennt sich, ich bin glücklich im gegenwärtigen Moment. Und weißt Du, wann Du da schon mal warst? Als Du klein warst. Als Du gespielt hast. Als Du einfach nur im gegenwärtigen Moment warst. Denn es gibt keinen anderen Moment als das Jetzt. Es gibt keine Zukunft. Es gibt keine Vergangenheit. Es gibt nur das Jetzt, jetzt, jetzt in diesem Moment, wo Du zuhörst. Das gibt es. Und ganz viele Menschen sind immer in der Zukunft. Wenn ich das erreicht habe, bin ich glücklich. Wenn ich die Figur habe, bin ich glücklich. Wenn ich den Job habe, bin ich glücklich. Wenn ich die Partnerschaft, den Partner, die Partnerin habe, bin ich glücklich. Aber wenn Du den Moment vergisst, dann jagst Du immer einer Sache hinterher. Und wenn Du es dann hast, kommt dieses Vakuum, diese Leere. Und ich durfte mit schon so unendlich erfolgreichen Menschen zusammenarbeiten. Und weißt Du, wie ich es Dir vorhin am Anfang dieses Podcasts beschrieben habe? Wenn Glück mit materiellem Erfolg zusammenhängen würde, ausschließlich, dann wären die alle glücklich. Sind sie aber nicht. Du brauchst eine bestimmte Geldmenge, Energie, um tatsächlich glücklicher zu sein. Und man hat es herausgefunden, dass es ungefähr bei 5000 Euro im Monat ist. Wenn man die verdient, dann ist dieses Glücksempfinden gar nicht mehr so viel größer, wenn man mehr hat. Aber wenn man weniger hat, ganz bestimmt. Das ist sicherlich ein bisschen individuell, aber das musst Du für Dich selbst bestimmen. Aber denk mal darüber nach. Und ich möchte Dir noch einen anderen Impuls geben, denn der erste Impuls ist, fange wieder an, den Moment wahrzunehmen. Fange wieder an, den gegenwärtigen Moment zu genießen und vor allen Dingen dabei wieder Spaß zu haben. Lebe Deine Träume, setz Dir Ziele, aber vergiss dabei nicht den Moment, denn das Leben kann super schnell vorbei sein. Und was ist denn, wenn Du dieses Ziel gar nicht erreichst, weil vorher etwas anderes passiert? Dann hast Du den Moment verpasst, nämlich zu leben. Und als ich verstanden habe, dass der Mensch in der Leidenschaft existiert und nicht in der Vernunft, in der Zufriedenheit. In der Leidenschaft lebt der Mensch, in der Vernunft, in Anführungszeichen Zufriedenheit existiert er nur. Habe ich angefangen, leidenschaftlich meine Dinge zu planen, Tauchreisen, Urlaubsreisen. Menschen, mit denen ich intensive Gespräche führen wollte und habe denen so viele Fragen gestellt, weil mich das glücklich gemacht hat im gegenwärtigen Moment. Und frag Dich das mal. Wie ist das mit Deiner Leidenschaft? Lebst Du die Leidenschaft in diesem Moment? Oder sagst Du, nee, 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 wenn ich erst die Karriereleiter nach oben geklommen bin, wenn ich das und das geschafft habe, dann kann ich erst Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Und weißt Du was? Dann kommt das nächste Ziel. Dann kommt das nächste Ding, was Du Dir aufgebaut hast. Und Du wirst nie ankommen. Niemals. Weil Du vergessen hast, im gegenwärtigen Moment zu leben. Und weißt Du, Dein Ego will immer mehr. Und wir lernen das als Kinder. Weil Du musst ja immer irgendwo hin. Weil irgendwo, also in der Zukunft, liegt irgendetwas, was angeblich noch schöner ist als das jetzt. Dieter Lange hat das mal so schön auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, weißt Du, als kleine Kinder haben wir für 100 Meter, weiß ich nicht, eine Stunde, zwei gebraucht und haben mit kleinen Pflanzen gespielt, mit Steinen gespielt. Wir konnten uns aufhalten an so vielen wunderschönen Dingen. Aber da kam die Mama und hat uns weggezerrt und gesagt, hallo, wir müssen aber jetzt zur Oma. Da gibt es etwas. Nein, wir gehen ins Kino und so weiter. Und wir haben immer gelernt, dass irgendwas in der Zukunft besser ist als jetzt. Irgendwas in der Zukunft muss erreicht werden, weil es besser ist als jetzt. Und irgendwann haben wir uns daran gewöhnt, mehr haben zu wollen. Wir wollen jemand sein, weil wir glauben, dass wir nichts sind. Wir wollen etwas erreichen, weil wir glauben, dass das, was wir jetzt gerade haben, einfach nichts wert ist. Und denk mal darüber nach, ist das wirklich so? Und weißt Du, als ich das für mich erkannt habe, und das fällt mir immer noch nicht leicht, ich bin da noch lange nicht am Ziel, wenn man das so sagen darf, aber hier an meinem Schreibtisch, an meinem Rechner, hängt eben genau dieses Glück in Form von meinem Leitsatz. Und das heißt, genieße den Moment. Also, carpe diem. Kennst Du das Wort noch? Genieße den Moment. Auch wenn ich jetzt diesen Podcast aufspreche. Ich kann ihn drauf sprechen, weil ich weiß, okay, Kerstin, Montag und Mittwoch wird eine Podcast-Folge veröffentlicht. Du musst noch die Podcast-Folge machen. Oder ich sage, hey, ich darf diese Podcast-Folge machen. Und ich darf andere Menschen inspirieren. Und ich gebe mein Bestes, aber ohne den Anspruch zu haben, perfekt sein zu müssen. Denn das zieht Dir nämlich das Glück aus jeder Zelle Deines Körpers. Ich würde Dich so gerne ermutigen, dass Du Dir mal darüber Gedanken machst. In der Leidenschaft lebt der Mensch, in der Vernunft, auf Zufriedenheit existiert er nur. Also frage Dich, was willst Du noch erleben? Welche Länder willst Du bereisen? Was willst Du intensiv noch erleben in Deinem Leben? Und was kannst Du jetzt in diesem Moment wieder lernen zu genießen, wenn Du rausgehst in die Natur? Wenn Du meditierst, in Deine Mitte kommst und in Deiner Herzenergie dieses Glück, diese Anbindung spürst. Und natürlich darfst Du Deine Ziele erreichen. Natürlich ist es toll, Geldenergie in Dein Leben zu ziehen. Ich liebe das auch, aber das Glück ist nicht im Außen, das ist im Inneren. Und wenn Du Dir das mal wieder bewusst machst, dass Du nichts erreichen musst, dass Du nie ankommen kannst und dass alles immer, Glück und Unglück, Erbe und Flut, Tag und Nacht, immer zur gleichen Zeit stattfindest, dann wächst das eine proportional zum anderen mit. Und weißt Du, das soll Dich nicht demotivieren, sondern motivieren, weil Du nichts, gar nichts erreichen kannst, was Dich im Außen irgendwie im Herzen glücklich macht. Du kannst aber eins machen, Du kannst Dich auf den Weg machen, Du kannst den Weg genießen, Du kannst den gegenwärtigen Moment aufsaugen und Du kannst Dein Bestes geben, ohne den Anspruch zu haben, perfekt sein zu müssen. Und wenn Du dann Dein Herz befragst und sagst Dir, alles klar, ich würde sogar noch in dieses Urlaubsland, ich will die Menschen kennenlernen, ich will meinen Fallschirmsprung machen, ich will vielleicht mit Haien tauchen oder ich möchte ganz gerne irgendwie mit den nackten Füßen durchs Gras laufen, ich möchte mal wieder Kastanien sammeln, einen Blumenstrauß pflücken, mit einem Rennauto über die Autobahn fahren, was auch immer in dem Moment in Deinem Sein ist, ist doch vollkommen egal, aber frag Dich das mal und fange an, das aufzubauen. In Resonanz zu bringen, Dich auf den Weg zu machen und zwar mit dem Bewusstsein, wie wir das gemacht haben, als wir ganz klein waren. Da haben wir diesen gegenwärtigen Moment einfach genießen können. Aber ich möchte Dir am Ende von diesem Podcast noch sagen, achte darauf, dass Du Dich von toxischen Gewohnheiten verabschiedest, von Nachrichten, die Dich runterziehen, die unten Haltungsindustrie, ja, Du weißt genau, was ich meine, und achte darauf, dass Du Dich nicht mit Menschen umgibst, die immer nur negativ sprechen. Denn diese Menschen sind toxisch, die Nachrichten sind toxisch und dann wirst Du auch dieses Glück einfach im gegenwärtigen Moment nicht genießen können, weil Du immer das Gefühl hast, dass so viele Katastrophen überall auf dieser Welt existieren und dass eigentlich gar kein Glück da ist und dass man es nicht finden kann. Und das ist definitiv eine Lüge. Also ich wünsche Dir von ganzem Herzen, dass Du Dein Glück findest. Und Du musst nicht immer außen suchen, denn dieses Glück ist in Dir. Du bist wunderbar, Du bist großartig, genieße Dein Leben, denn es ist dieses spannende Leben, diese großartige Reise, auf der Du Dich gerade befindest und Du hast schon alles in Dir. Du musst gar nichts mehr im Außen erreichen. Und wenn Du Dich dann auf den Weg machst und genießt diesen Weg, dann wirst Du mit jedem Mal, mit jedem Schritt, mit jedem leidenschaftlichen Ziel, was Du erfährst, glücklicher. Tja, und deswegen mache ich auch diesen Podcast. Ich wünsche Dir jetzt von ganzem Herzen nur das Allerbeste. Teile diesen Podcast an ganz viele Menschen. Und wenn Du mich ein klein bisschen glücklich machen möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn Du mir eine schriftliche Bewertung zukommen lässt. Dann finden mich nämlich in dieser weiten Welt dieser Podcast da auch ganz viele Menschen. Und das ist der Grund, warum ich auch diesen Podcast mache, um ihn weit in die Welt rauszutragen, damit andere Menschen sich daran erinnern, dass das Glück im Innen zu finden ist, nicht im Außen. Von Herzen Deine Kerstin